Locate 5 Advanced Mechanical Ball... Ah ok. Irgendwie locate ich die? Muss ich mir das Ding jetzt aufsetzen, aber... Pull small mechanical things out of big mechanical things. Then you can make new useful things out of small things. Ok. Ok, 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 das sollte nicht so schlimm sein. Es sei denn, wir werden dabei gesehen und dann werden wir getötet. Ich würde trotzdem gerne mal irgendwo meine Wasservorräte auffüllen. Dann gucken wir mal, was wir hier kaputt machen müssen. Ok, ich bin schon vorbei gelaufen. Aha, alles klar. Hier aber. Ähm. Alles klar. Das war natürlich unauffällig. Sehr clever Daniel. Wo ist das nächste? Ich müsste mein Inventar ausleeren. Dieses Inventar ist so creepy. Vor allem, ich kann ja nur noch Sachen reinlegen. Ja. Hat sich ja schon gegessen, oder? Äh. Das ist eine ganze Ecke ärgerlich. Mach ich ihn jetzt? Eigentlich, das brauche ich eigentlich nicht. Das kann ich auch eigentlich in einen normalen Spinn packen. Ich habe ihn noch nie benutzt. So. Das nimmt auch ein bisschen zu viel Platz weg. Ich habe ja noch genug. Haha. Mehr würde ich gar nicht loswerden wollen. Dann habe ich immerhin wenigstens ein bisschen Platz gut gemacht. Das heißt, ich muss ja sämtliche Autos auseinander nehmen. Das ist das, was ich machen soll. Und dann jedem Auto steht ein scheiß Bulle. Aber wenn er weit genug weg ist. Ok, weiter weg geht er nicht. Hat er nicht mehr mitbekommen. Finde ich gut. Der Rest kommt weiter. Die kriegen mich ja eh nicht. Verdammt. Ich muss doch hier rum. Da steht doch noch ein Auto. Äh. Gut, nehmen wir halt den langen Weg. Ach, dann muss ich auch da durch. Da wo ich gerade gesagt habe, naja, das machen wir dann später. Ne. Da steht nicht, wenn wir noch ein bisschen. Da steht nicht, wenn wir noch ein bisschen gehen. Das wäre besser. Du solltest schnell aufbauen. Das ist nicht richtig. Du! Und wieder sind alle total geschockt und werfen mit Steinen auf mich. Das ist neu. Bis heute vielleicht mal wieder. Ach. 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 Hauptsache ich muss hier die Botengänge für die Alte machen. Und gehe dabei fast hops. Ähm. Nach links. Dann nach rechts. Und wieder nach rechts. Ach. 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 So, wir haben jetzt ein paar Batterien. Wechsel mal frei. Ehm. Und wieder nach rechts. Wer sind da? Wounds sind da. Und wieder nach rechts. Mit hau es. Ein Wilder. Da ist kein Ding. Um, ein Perfekt. so wie sieht es denn hier aus also ist alles voll mit blut was soll ich jetzt machen okay was ist das nicht wie was die politik aus den spänkers das ist was anderes Macht doch gar nichts. Haha. Keine Ahnung was ich in seinen Augen getan habe, aber ich bin entkommen. Oh, ein Apfel. Buch. Schaden um 4% reduziert. So, jetzt soll ich es umpolen. Und ich habe kein Polarity-Device. Kann es bestimmt auch nicht craften. Oh, ich kann es craften. Ist doch das, was ich hier tun soll, oder? Hey, hey. Was ist, wenn ich hier presse? Ah. Ähm. Sterben die dann? Throw the Alarm. Throw the Alarm. Aber ich warte erstmal bis sie fertig sind. Ich sehe leider auch nichts. Hahaha. Hihihi. Ich bin ja nicht schadenfreudig, aber ich kann ihn leider auch nicht ausschalten. Da kann ich jetzt eigentlich hier so raus. Einfach umgefallen mit nasser Sack. Ja, dann nehmen wir nochmal ein bisschen was mit. Kann nie genug Keycards haben. Ja, dafür hat er auf jeden Fall mehr gebraucht. Mehr Action. Hat ihn auch gar nicht gestört, ne? Er hat sich nicht mehr bewegt. Ups. Ist einfach da und hat sich grillen lassen. Kann er ja machen. Schäme. Schäme, Schäme. Ist hier noch was? Ne, nur Polizei. Irgendwas. Kommst du nicht ran und... Komm, irgendwas muss doch hier noch sein. Ach, der Ausgang. Cool. Schade. So, die nehmen wir mal mit hier, ne? So ist ja nicht, dass wir ihr so viel zu verschenken hätten. Ich denke, der Fog ist eigentlich gekommen. Ähm... Warum? Achso, ich stehe im... Ich wundere mich, warum ich hier... ...mein Leben aussauche. Ich stehe in dem Scheiß Rauch. Ich stehe in dem Scheiß Rauch. Ich seh' mir zurück hier. So. Damit wir hier wieder ein bisschen safe sind. Ich würd gern da rein und an dem Wasser haben, mein Wasser auffüllen. Aber es geht leider nicht. So, jetzt zurück zu... Faraday's Workshop. Workshop und mal gucken, was da los ist. Erst take off your clothes? Alter. Perverse hier. Ich würde hier gerne irgendwo einbrechen, aber die schlafen ja nie, ne? Er... Wiener... 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 Ach, wiener... Wiener... Ok, hier scheint sein Riki zu schlafen Oh ja, hier Endlich Joy-Wasser Ich hab ein bisschen was nachzufüllen, aber... Ich drück immer Tab, weil ich raustappen will, aber dabei ist es hier Space Hauptsache im Kühlschrank hat er irgendeine scheiß Glühbirne da drin Natürlich ist das eine Tafel, oder? Ich muss nur richtig stapeln Ein Wunder, dass er sich nicht selbstständig macht Das ist sehr spannend, ich war noch nie in so einem Haustonner Dumm nur, dass alles voll ist, was ich... was mein Inventar voll ist Aber ich könnte mal was essen Die Alte geht mir ganz schnell daraus auf den Sack Dass die überhaupt schlafen können, ja? Dieser Ticker brauche ich wahrscheinlich auch nicht 4% Chance, um extra Items zu bekommen Oh, ein proper Suit Das heißt, die müssten nicht mehr im Kleid rumlaufen Aber das Kleid geht ja auch gut Wir sind sogar effektiver damit Weil wir nicht so richtig wahrgenommen werden Leere Powerzelle? Kann die nur rein, ne? Okay, hier wirklich gar nichts mehr hin Alter 1% Chance zu Unlocking a new Recipe When you crafting Items Das ist super gut eigentlich Aber die Chance ist echt gering Das... Das Leinen? Ne, das hab ich ja schon Wie viele Leute gibt's denn? Wie viele haben die hier? Wie viele Leute gibt's denn? Wie viele haben die hier? Es ist einfach alles voll Der Inventar ist voll Na, was zu essen? Jo, hab ich Einfach mal den Feueralarm jetzt drücken Das wäre auch gut Er hockt natürlich immer noch in seinem Beet Logisch, würde ich auch machen Schläft ihr? Oder? Achso, ich muss das nicht mal reinpacken Ah, schön Schön, das ist perfekt Ich muss nur die finalen Änderungen machen Ich sage dir was Kommt morgen zurück und ich werde es alles gemacht haben Pack deine Stoffe Wir gehen zur Hauptstadt Lieferndes Rockshop, ja Toll Alter Was war das? Was war das? Ich hoffe, sie ist okay Ich werde sie mal checken Oh, er ist auch mal von seinen Blumen weg Ähm Wo ist sie hin? Ja super, natürlich hätte sie sich mitgenommen Not Die Schlampe Die hat alles mitgenommen, was sie hatte Und hat sich einfach weggebeamt, ne? Ja super Mich hat sie hier gelassen Mach's gut, Benjamin Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende Und eine gute Nacht Ich werde jetzt auch gleich gleich Feierabend machen Ich wollte hier die Questkette noch in Ordnung bringen Und ja Das Loch ist weg Was hat ihr da gemacht? Naja Ist ja wieder was gespawnt Klar, mach schon Das war's Mehr nicht Das war's Naja besser als nichts Naja besser als nichts So, dann sieht es aus wie mit Schlaf und so, ja, gut Zeit. Dann legen wir uns mal hin und dann schauen wir mal, wie wir da weitermachen.